Guten Tag, mein Name ist Melanie Liem, ich bin Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie und ärztliche Leiterin des Askepios Gesundheitszentrum Mitte. In unserem Gesundheitszentrum bieten wir verschiedene Fachrichtungen der fachärztlichen Versorgung an. Ich selbst mache die Sprechstunde für Orthopädie und Unfallchirurgie. Wenn Sie also Fragen haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden.